Moin, wir gucken heute in unseren Appartementen, 145 Meter Karrie, zu Hesper, mit drei Kümmern, ein Garage und ein Emplacement Exterieur. Zu große Terrasse, eng, wo wir hier draufstehen, an engen innen. Ja, voilä, hier sind wir im Appartement. Wir müssen hier direkt von den Röcken zur Dressing mit einem Sekretär. Du kannst sich ein bisschen Platz setzen, Sachen hersetzen, Autoschlüsse und so etwas. Hier direkt von dem Büro, den ich rausgehe, das Büro kann ich noch als Kummer benutzen, das geht um die 50 Meter Karrie, an der Hand und Drohne hier noch ein separates Toilett mit einem Fenster. Hier nach dem Balkan, das geht um die 4 Meter Karrie. Hier noch direkt in der Küche, da gibt es eine ganz equipierte Küche, Frigo, Schäfchen, Mikrowell, Spülmaschinen, alles dran, wo wir dann planen, ein bisschen naturell. Hier sind wir hier im Living, hier ist ein schönes, großes Living, da gibt es noch viel Platz, wenn ich will eine große Fernseher auf die Mauer setzen, das ist eine super Sache. Mit zwei Aktien für Reise auf das Terrasse, das ist ein großes Terrasse, da gibt es einen Platz für sechs Leute, für gemütlich, komfortabel und zu essen, und trotzdem noch Platz für einen Grill. Da gibt es ein dupler Expandhaus, den anderen Teilen haben wir gesehen, die gehen wir auch auf den jeweiligen Teil gucken. Hier werden wir zwei Kummeren, zwei Boots machen, alle zusammen mit Duschen, die sämtlichen Späten sind hier alle nach Mischenholzbüten und im Park gemacht. Hier sind wir ein schöner, großer Kummer, dort zwischen 15 und 20 Meter Karrie, die ist schon groß, da ist auch ein Nachbauschef dabei, geht hier raus auf ein Terrasse, auf ein Großterrasse, und trotzdem werden hier noch ein Privat-Klein-Bützimmer dabei, mit einer Dusche und einer Toilette. Hier sind wir in der nächsten Kummer, das ist auch ein Großkummer, da kriegt man ganz gut ein Doppelbett hin, mit einem großen Abbauschef auch dabei. Hier ist ein Großvölkstrand, die kriegt man ein Netz, die kann einen Zaun machen, kann einen Deister machen, das wird flotter, hier in der Residenz. Hier sind die ganzen Dörten alles gegossene Butter, das ist hier viel Volumen, es wird im Winter nicht so kühl und im Sommer nicht so warm. Hier ist ein Bützimmer, das ist ein Bützimmer, mit einer Dusche, an einer separaten Toilette, an einen schönen Velux dran. Die Veluxen hier im ganzen Appartement sind alle gut neu gemäht, hier sind nach einer Sache neu gemäht, in einem guten Zustand, das ist direkt bereit für sie wohnen. Hier ist hier ein schöner, großer Keller, das ist auch privat, da gibt es noch bei uns dran die Wäschmaschine, und das ist für das Appartement. Hier ist ein zweiter Garage für ein großes Auto, und trotzdem haben sie noch einen Parkplatz gebaut, für ein zweites Auto. Heute war ein Appartement von 3,145 m Cari zu Hasper, mit einem 200 Garage, einen Parkplatz, zwei großen Terrassen, ungefähr 30 m Cari zusammen. Wenn dir das heute im Appartement gefallen hat, dann ruft man rund um die 26, 51, 25, 23, da kann man das heute gucken. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, schönen Tag, und dann bis zum nächsten Film. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.